So, ja, wir machen es jetzt bei YouTube und... Oh, ich bin zu laut. Hallo. Echow, hört zu me. Nein, Spaß beiseite, Ernst kommt raus. So, ich sag mal den ganzen Frauen auf der ganzen Welt, euch einen wunderschönen guten Frauendag. Ja, ich hoffe, das macht ihr auch für uns her, wenn wir Herdentag haben. Also, ich möchte euch darum bitten, also wenn Herdentag ist, könnt ihr auch strippen. Also, ist mir Latte. Man findet mich bei Facebook überall. Nein, also, Ansage Nummer 1. Jetzt erst mal alles Gute zum Frauentag. Ihr Frauen habt ja schon einiges geleistet. Man sieht es ja, Merkel im Kanzleramt. Wulff, ne, Entschuldigung. Wulff ist ja Herdentag. Ist das ein Mann oder eine Frau? Der Wulff. Ich meine, der rennt sich auch manchmal in Wulff. Okay, ähm, nein. Äh, ja. Okay. Kann man sehen, kann man halten wie ein Dachdecker. Aber nur nicht so schräg, der fällt runter. Wenn der Wulff runterfällt, der macht es batsch. Da siehst du, da kommt so ein Appellteil da. Und pfff. Nein, okay, pass auf. Heute ist Frauentag. Heute sagen wir nur den Frauen was abgeht hier, ja. So, liebe Frauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frauentag. Und, dass ihr ganz viel Spaß habt heute. Dass eure Männer euch verwöhnen mit Rosen und weiß ich was. Und scheiß alles dazu gibt. Ja, wie würde Dieter Bohlen jetzt sagen und die anderen beiden hier von der DSDS-Kandidatur da. Pass auf, ihr habt richtig gut gemacht. Da, ihr kommt weiter, kriegt den Recall. Ja, ihr kriegt alle den Recall, die Frauen. Heute zum Frauentag. Ja. Ja, ihr kommt weiter, Cindy. Ja. Berufs. Ja, okay. Der Dieter. Klar, guter Auftritt. Wir sehen uns im Recall. Liebe Frauen, ihr habt den Recall-Settel. Wir sehen uns in der ersten Motto-Show. Ich hoffe, ich rufe euch an. Ja. Ne? Hier, Mafio. Sie sagen dann einfach, ganz einfach, la-deng, 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 la-deng. Für die ganze Welt. Für die Frauenwelt. Ja, ihr dürft beschreiben, Frauen. Aber über 18 und nicht unter 16. Okay, ich habe gerade mal einen Schluck auf. Ja, euch allen einen wunderschönen Frauentag. Meine Kamera ist total hinterher. Ich bin schneller als die Kamera. Ja, ich bin schnell. Ja. So, haut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frauentag. Liebe Frauen und liebe werdenden Frauen. Ob rei und ob weiß. Ob grün, ob schwarz, ob blau und ob... Wartet nicht, alles für Regenbogenfragen gibt es noch, ne? Ich wünsche euch allen Frauen einen wunderschönen Frauentag. So, das ist es. Ende im Gelände. Wir gehen zurück zur Werbung. Coca-Cola. So, ne, nicht denken, dass ich Angst habe. Nein, also, pass auf. So, Siemens hier, äh, das ist Sony. So, haut rein. Ich hoffe, dass Akta bei Herrn klopft.